Hallo, mein Name ist Mindy Pfefferkorn und ich arbeite im TUI Travel Star Reisebobachtmann am Flughafen Leipzig Halle. Ich hatte das Glück und durfte gemeinsam mit meinem Kollegen für Sie das neueste Schiff der TUI Cruises Flotte, der Mein Schiff 5, testen. Für mich war besonders schön die Wohlfühlatmosphäre. Ich bin an Bord gegangen und führte mich sofort pudelwohl wie zu Hause. Die riesen Kabinen, der tolle Balkon, das großzügige Pooldeck, alles lädt zum Entspannen und zum Wohlfühlen ein. Mein Name ist André Lutze, ich arbeite im TUI Travel Star Reisebobachtmann in Leipzig-Grünau am PEPCenter. Wie schon erwähnt war ich zusammen mit meiner Kollegin Mandy Pfefferkorn auf dem neuesten Wohlfühlschiff der Mein Schiff 5. Besonders gut gefällt mir das Premium All-Inklusive-Konzept. Hier kann man sich wunderbar verwöhnen lassen im Menü-Restaurant Atlantik oder auch im Buffet-Restaurant, wo man nach Herzenslust schlemmen kann. Weiterhin gefällt mir sehr gut der 25-Meter-Pool, wo man mit einem Cocktail in der Hand das Meer an sich vorbeiziehen lassen kann. Die Mein Schiff 5 ist im Winterhalbjahr in der Karibik unterwegs und ab April im Mittelmeer. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihre Traumreise und die passende Kreuzfahrt finden. TUI Travel Star Reisebüro Bachmann Ob Grünau, Pausdorf Center, Höfe am Brühl oder Flughafen Sie finden uns viermal in Leipzig.